34 cm großer Dainichi Benigoi aus der Linie Red Tiger. Komplett gefüllte rote Brustflossen. Hat eben so ein ganz kleiner Strich, weiß, ja okay. Aber sehr stark gefüllt. Wir haben da schon andere Beispiele gesehen mit dicken, breiten, weißen Rändern. Wobei das auch nur Geschmackssache ist. Also der eine mag es mehr und mehr gefüllt, der andere mag es eben mit diesem weißen, breiten Rand. Die Tiere, wie wir sie zum ersten Mal veröffentlicht hatten, mit den komplett ausgefüllten roten Brustschlossen gingen die Preise in China durch die Decke. Es war Wahnsinn. Kann man natürlich im deutschen Markt nicht verlangen, ist auch klar. Schöner Schädel, runder Schädel, großer Kopf, guter Dainichi Benigoi. Untergebracht bis zum Versand GT5.